Du darfst nicht vergessen, du hast noch das Känguru, ne? Ja, aber das stimmt, bei unserer Mannschaft gibt es noch Känguru. Ja, Dodi, also so schnell wie ein Känguru. Dann viele hat gefragt, wieso sagst du Känguru? Leute, darf ich nicht vergessen, ja? In Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer Känguru. Dieser Känguru kann 9 Meter weit springen, 3 Meter hoch springen und läuft mit 60 kmh. Gepard kann ich nicht sagen, Gepard ist das schnellste Tier in der Welt, ja? Aber Dodi ist nicht die schnellste Stürmer in der Bundesliga. Aber einige richtig schneller, und ich glaube, das war ein guter Vergleich. Weil viele hat gesagt, wieso sagst du Känguru? Ich wollte Tierarzt werden, ja? Damals, ich kenne die Tiere. Alle Tiere kenne ich, ja? Ob das Haustiere oder Wildtiere, ich kann Fragen stellen. Ich werde sehr gute Antworten geben.